Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute, ja okay, wir sehen erstmal hier, letztes Mal haben wir diesen wunderschönen Brick mit dem Schnee obendrauf kreiert. Und jetzt wollen wir uns nochmal mit ein bisschen mehr Detail befassen. Und zwar, wenn wir hier, ups, nicht so nah, aber sehr sehr nah rangehen an die Textur, dann sehen wir, ja, es sieht schon nicht so schlecht aus, aber irgendwie ein bisschen matschig, ne? Und dafür gibt es Detail Texturing. So heißt das Ganze und genau das ist das, was wir heute machen wollen. Wir wollen also uns mit Details von Texturen befassen. Nächstes Mal machen wir genau das Gegenteil, nämlich die Ferne von Texturen. Denn wenn wir hier ganz weit weg gehen, gut, okay, sieht eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus, aber wenn wir ganz weit weg gehen, dann, ja, sieht man normalerweise diese Kanten hier nicht mehr so deutlich. Das wollen wir dann nächstes Mal machen. So, was wir hier, wir sehen, wir haben schon echt viel gemacht. Wir haben so ein komisches Lavaglas, wir haben selbst normale Lava. Wir haben hier eben diesen Schnee und jetzt wollen wir eine Detail Texture machen. Ähm, und dazu, ich würde sagen, wir kopieren uns einfach mal diesen wunderschönen Cube hier. Oh Gott, Rechner, was ist los mit dir? Ähm, ja, mein Windows updatet offensichtlich gerade mal wieder. Oh, jo, 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 jo. Okay, ähm, so, also, wenn ihr gerade nicht wisst, was ich gerade gemacht habe, ich habe einfach den Cube markiert, dann Alt gedrückt und dann gezogen. Das, äh, dupliziert ein Objekt. Habe ich aber, glaube ich, schon hundertmal gesagt. Ähm, gut, okay, was wir als erstes brauchen, ist ein neues Material. Wer hätte es gedacht? Und mit diesem Material, was wollen wir machen? Naja, wir wollen Details reinbringen. Das heißt, ich nenne das Ding einfach mal Details. So, und, ähm, jetzt brauchen wir aus unserem Content Browser, wenn das Ganze mal hochgeladen hat, brauchen wir ein paar, äh, wieder mal logischerweise ein paar Texturen. Ähm, genau, so. Ähm, und zwar Starter Content Textures, da finden wir eigentlich immer die besten. Also, wir haben keine anderen, weil ich keine gekauft habe und die Dinger sind echt arschteuer. Und deswegen, ja, wir brauchen hier erstmal den T-Brick-Glay-Old-N und den T-Brick-Glay-Old-D. Die beiden werde ich benutzen. Ihr könnt natürlich auch das Ganze mit anderen Texturen machen, logischerweise. Ups, andersrum. Ähm, aber wir werden jetzt diese hier benutzen. Aber ihr braucht natürlich insgesamt vier Texturen, was gar nicht so leicht ist. So, und jetzt wollen wir hier einmal Gravel-D haben. Ähm, wo finden wir es denn? Ähm, hier, Gravel-D, also die, äh, diffuse Textur für, äh, für Boden. Ganz normal. Wir sehen hier, wie das Ganze aussieht. Ich zoome mal ein bisschen näher heran. Dann sehen wir, wie die aussieht. Das ist einfach so ein bisschen, hm, ja, ähm, bisschen feinkörniger, das Ganze. Und das wird sozusagen jetzt hier draufgelegt auf unseren normalen, ähm, Brick. Also auf unseren normalen Stein drauf. Und das wird hier immer wieder mehrere Schichten davon gemacht. Und dadurch kommt so ein bisschen das Gefühl zustande, oh, das sieht ja eigentlich total feingranular aus. Dabei haben wir eigentlich nur eine Textur oben draufgelegt auf diese andere Textur. Also im Endeffekt machen wir wieder sowas ähnliches wie Layered Materials, nur nicht ganz eben. Und wir brauchen auch wieder die Moos-Textur. Ich finde die irgendwie cool, deswegen nehme ich die eigentlich ganz gerne. Die hat nämlich echt eine hübsche Struktur. Wie gesagt, diese, ähm, normalen Textur, die hat eine echt hübsche Struktur für die aller, allermeisten rauen oder unebenen Oberflächen. Und deswegen mag ich die wirklich sehr, sehr gerne mittlerweile. So, und ja, wir haben schon hundertmal jetzt gesagt, wir brauchen, wir wollen Detail-Texturing machen. Deswegen ziehen wir uns hier einfach Detail-Texturing rein. Bam, total easy eigentlich, ähm, wenn man weiß, dass sowas existiert natürlich. Und wenn man sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat. So, und jetzt eigentlich sehr, sehr simpel. Wir wollen diese Textur logischerweise immer noch als ganz normale, diffuse Textur hier drauf liegen haben. Und wir wollen diese Textur hier immer noch ganz stinknormal als, ähm, als normale benutzen von unserer, von unserer fertigen Textur am Ende dann. Das heißt, wir ziehen das hier erstmal in die normale rein. So, und jetzt brauchen wir ein bisschen was anderes. Jetzt brauchen wir nämlich hier das Ding nicht als normales Texture-Sample, sondern als Texture-Object. Und das machen wir einfach, indem wir rechtsklick machen, Convert to Texture-Object. Und ihr seht, jetzt haben wir nur noch einen Output. Und das ist jetzt sozusagen, diese ganze Textur wird als 1 angesehen. Ähm, und damit können wir das hier draufziehen. Das heißt, wir können hier einfach sagen, bam, hier rein. Und Detail-Diffuse-Texture ist sozusagen genau das, was wir brauchen. Das ist jetzt das, was draufgelegt wird. Und jetzt wollen wir natürlich noch, ähm, das hier auch genauso behandeln. Also als, äh, im Prinzip genauso wie das hier, als normalen Textur für den, ähm, ähm, oh, ah doch, ich hab's richtig gemacht. Ich dachte gerade, dass wir hier unten verknüpfen. Okay, ähm, das heißt, das hier auch wieder konvertieren auf ein einziges Texture-Object. Und jetzt hier mit Detail-Normal verknüpfen. So, wunderbar. Und das ist eigentlich auch schon wirklich alles, was hier jetzt gemacht werden musste. Jetzt ziehen wir hier die Diffuse als, äh, Base-Color raus und die normale als normale raus. So, und wenn wir jetzt ranzoomen, dann, wow, sehen wir erstmal gar nichts mehr. Äh, dann sehen wir hier, was hier tatsächlich passiert ist. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Strukturen noch oben drauf. Aber wir haben leider auch in den Löchern Struktur drin. Und, ähm, das ist eher so meh, nicht so geil. Aber wir wollen das jetzt erstmal abspeichern. Wir improven das natürlich gleich, wie wir es gewohnt sind. Also, im Prinzip besteht ein so ein Projekt von uns ja immer aus mehreren Schritten. Ähm, und ja, wir wollen jetzt hier als allererstes mal... Ach so, klar, ich sollte vielleicht nicht nach Moos suchen. So, wo ist denn mein Content hier? Okay, und jetzt haben wir hier... Ihr seht auch schon den Vergleich zwischen Bricks, ähm, das ist das hier. Und zwischen den Details, da sieht man jetzt schon sehr, sehr viel mehr Struktur einfach drauf. Wenn ich die jetzt hierher ziehe, dann sehen wir hier, bam, okay, wir haben sehr, sehr viel Struktur. Aber vielleicht ein bisschen zu viel Struktur, oder? Ähm, und ich würde das jetzt einfach mal ein bisschen reduzieren wollen. Und genau das ist das, was wir jetzt machen wollen. Damit man die Kanten eben wieder als solche Kanten wahrnimmt und nicht... Gut, okay, es sieht schon gut aus für manche Anwendungsfälle, aber eben nur für manche. Und deswegen brauchen wir jetzt hier ein paar Konstanten. Nämlich für Scale, für Diffuse Intensity und für Normal Intensity. Und, ähm, ja, dann nehmen wir uns einfach mal eine Konstant, eine stinknormale Konstante. Und ich habe einen kleinen Shortcut für euch, damit ich das nicht dreimal hier rumziehen muss. Drückt mal STRG W. Dann könnt ihr nämlich einfach solche Dinger hier neu rein spawnen. Das heißt einfach, das, was ihr gerade anmarkiert habt, wird kopiert. Okay, so, das wird unser Scale, das hier oben. Ähm, das hier wird unsere Diffuse Intensity und das hier wird unsere Normal Intensity. So, und jetzt sehen wir hier, jetzt haben wir im Endeffekt wieder genau das, was wir am Anfang haben, nämlich Brick. Weil, warum haben wir das? Naja, wir haben hier die normale einfach wieder auf 0 gesetzt. Und, ja, das ist im Endeffekt nicht mehr vorhanden. Jetzt haben wir ein bisschen was anderes. Ähm, und das hier setzen wir auch mal auf 1. 1, so, und jetzt noch das hier auf 1. Ähm, und jetzt kann man sehen, das ist im Endeffekt das, was wir hatten. Wenn wir jetzt aber Scale noch ein bisschen rumtweaken, dann kann man da richtig schön sehen, was man eigentlich gerne haben möchte. Ich würde euch einen Wert zwischen 1 und 10 empfehlen. Also 10 sieht dann so aus. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus für die allermeisten Anwendungsfälle, muss ich sagen. Ähm, klar, man kann auch ein bisschen höher gehen, also 100 oder sowas kann man auch machen. Aber das sieht dann schon wieder ein bisschen zu flach aus für meinen Geschmack. Äh, ich finde 10 eigentlich einen ziemlich schönen Wert, aber man kann auch natürlich 5 oder so mal benutzen. Je nachdem, ob diese Wand sehr, sehr rau sein soll, ob es jetzt draußen in der Natur ist oder ob es eher in, keine Ahnung, eine Stadtmauer oder sowas ist. Und teilweise, wenn man halt draußen irgendwie was total verwittertes, altes hat, dann kann man hier vielleicht auch eine 1 oder sowas brauchen. Ähm, aber, ja, in den meisten Fällen, also für Stadt oder sowas, würde ich euch vielleicht eine 10 empfehlen. Wenn es eine sehr, sehr neue Stadt ist, dann vielleicht sogar eine 100. Aber, ähm, ja, teilweise braucht ihr das dann noch nicht mal. Also dieses Detail Texturing. So, wunderbar. Und, ja, ich lasse es jetzt einfach mal bei einer 10. Ich speichere das jetzt auch mal und dann können wir es uns angucken. Man kann das Ganze auch ohne Detail Texturing machen, aber es ist ein sehr, sehr komplexer Baum dann. Und, ähm, ich würde euch wirklich empfehlen, das Ganze über Detail Texturing zu machen. Das macht eigentlich im Endeffekt alles für euch. Also das Layering von diesen beiden Texturen wird da im Prinzip für euch erledigt. So. Und, ja, wir sehen, das sieht eigentlich ziemlich gut aus, wenn wir nah rangehen. Also wir sehen hier schon so eine Struktur in der Textur drin, wenn wir vergleichen mit dem Ding hier. Das hat überhaupt keine, ups, das hat überhaupt keine Struktur, wenn man ganz nah ranfährt, außer diesem kleinen, etwas helleren Blobbel. Und, klar, dem Schnee, den wir draufgelegt haben, aber der hat damit eigentlich nichts zu tun. Das heißt, wir haben hier eine richtig hübsche Textur eigentlich geschaffen. Und, ja, ähm, wenn wir jetzt aber weiter weggehen, dann sieht das, ich markiere mal was anderes an, dann sieht das irgendwie, ja, nicht ganz so geil aus, braucht aber immer noch sehr, sehr viel Leistung. Und dagegen gehen wir dann nächstes Mal vor. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.